Musik Es war schon düster, als ich am Montagabend nach Hause ging. Da sah ich, wie unser Arthur noch mein Jupp in der Kneipe ging. Ich hatte Durst und mir war kalt, da ging ich rein. Der Arthur saß schon vor sein Bier und sagte, Menschenskind. Wat mach se hier, wo de Meister längst bei de Frau zu Hause sind? Doch dann rief er, Jupp schütt den Adolf auf ein Ein. Bortropo Bier ist so wie der Saft für's Leben. Hier in Revier tut man manchmal gern ein Heben. Und an so ein Tag krieg ich zu Hause meist noch Krach, Dass ich nicht lach. Bortropo Bier, und du fängst dann schnell am Singen. Hier in Revier, tun de Gläser kräftig klingen. Der Gerstensaft gibt dir wieder neue Kraft. Bist du abgeschlaft. 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 Tunde Gläser, kräftig klingen der Gerstensaft, gibt dir wieder neue Kraft, bis sie abgeschlaft. Bis sie abgeschlaft. Bis sie abgeschlaft.